Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir aus unserer Camel-Route eine Nachricht an Apache ActiveMQ schicken. In unseren bisherigen Videos hatten wir diese Enterprise Integration Route aufgebaut und die ist auf einem File Producer geendet. Das heißt, am Ende der Route wurde die Nachricht in Dateien herausgeschrieben in ein Verzeichnis. In diesem Video wollen wir diesen File Producer nun ersetzen durch einen ActiveMQ Producer und der wird die Nachricht, die die Camel-Route entlang gelaufen ist, dann an ActiveMQ schicken. In ActiveMQ wird die Nachricht in einer Queue gespeichert werden. Queue, also zu Deutsch Warteschlange, speichert die Nachricht ab. Eine Warteschlange ist eine FIFO-Datenstruktur, also First In, First Out. Das heißt, dass die erste Nachricht, die in diese Queue reingetan wurde, auch wieder die erste Nachricht sein wird, die diese Queue wieder verlassen wird. Dieses Verlassen, also sprich das Abholen der Nachricht aus ActiveMQ durch ein anderes System, werden wir uns im nächsten Video anschauen. ActiveMQ werden wir hier als eigenständige Software betreiben, aber es kann natürlich wie Camel auch in zahlreiche Systeme und Plattformen integriert werden. Wir lassen sie als eigenständiges Programm laufen und das mache ich mal. Ich habe ActiveMQ Download eingegeben und folge mal dem ersten Link. Wir sehen, ActiveMQ 5.14.0 ist das aktuelle Release. Ich lade mir hier mal die Windows-Distribution herunter und entpacke die mal. Und ich gehe jetzt in das Verzeichnis von ActiveMQ und dann in das BIN-Verzeichnis und dann relativ wichtig, unter Windows muss man noch ein Verzeichnis weiter runtergehen. Mein System ist ein 64-Bit-System, deswegen gehe ich nach WIN64 und starte dort die ActiveMQ-Bud. Und wir sehen jetzt ActiveMQ starten und da kommen jetzt alle möglichen Ausgaben. Unter anderem ist hier die KHDB erwähnt. DB steht für Database, also Datenbank und das ist eben die Datenbank, die ActiveMQ intern verwendet, um die Nachrichten, die er speichern soll, auf der Festplatte abzuspeichern. So, jetzt schauen wir mal, wie die Integration in unsere Route funktioniert. Da können wir hier statt des File-Endpunkts jetzt einen ActiveMQ-Endpoint angeben und können da den Namen der Queue dahinter schreiben, also Bestellung. So, die Unterstützung für diesen ActiveMQ-Endpunkt kommt mal wieder über eine Library hinzu. Und das kann man sich natürlich wie immer in der Dokumentation des Endpunkts anschauen. Wenn ich ActiveMQ-Camel in Google eingebe, dann ist der erste Hit gleich die Beschreibung der ActiveMQ-Komponente, also der Integration von ActiveMQ in Apache Camel. Und das sollte man sich natürlich wie immer durchlesen, wenn man diesen Endpunkt einsetzt. Unter anderem steht hier der Beschreibungsblock der Maven-Abhängigkeit drin, die ich noch in die POM-Datei hinzufügen muss. Und die kann ich hier mal einfügen. Dabei ist es so, dass dieses 5.6.0 für die Version von ActiveMQ steht. Wir sehen, die ActiveMQ-Camel-Komponente wird diesmal nicht von Camel verwaltet, sondern von ActiveMQ selbst. Und diese Integrationskomponente wird immer zeitgleich mit ActiveMQ selbst versioniert und released. Das heißt, wir können hier einfach die Version von ActiveMQ selbst angeben. Und das war eben die 5.14.0 und deswegen gebe ich hier auch die 5.14.0 an, speichere das ab. Und wie immer markiere ich das Projekt, drücke all der 5 und Enter. Und wenn ich das habe, fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Und zwar muss ich tatsächlich diese ActiveMQ-Komponente noch registrieren in Camel. Das mache ich mit GetContext und AddComponent und sage dann unter dem Namen ActiveMQ soll die ActiveMQ-Komponente veröffentlicht werden. Also ActiveMQ-Component. ActiveMQ-Component. Und hier müssen wir eine Broker-URL angeben, denn wir müssen hier spezifizieren, wie Camel genau den ActiveMQ-Server erreichen kann. Und hier schreiben wir TCP-Localhost 61616 hin, denn TCP ist sozusagen einfach eine ganz normale TCP-Verbindung, die hier verwendet wird. Und ActiveMQ horcht auf dem Port 61616. Das kann man zum Beispiel hier sehen, dass ActiveMQ genau diesen Port aufgemacht hat. Ja, und das kann man so machen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Vorgriff und zwar ist mein Rechner nicht nur natürlich unter localhost erreichbar, sondern auch unter tobias.predicate.de. Warum ich das mache, werden wir in einem späteren Video sehen. Im Endeffekt, sage ich mal, zielt das auch auf meinen Rechner ab und das heißt auch darüber kann ActiveMQ erreicht werden. Gut, jetzt starte ich mal unsere Route wieder. Ja, und wir sehen, die Nachricht ist durch. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo die Nachricht verblieben ist. Und ActiveMQ hat hier eine Web-Oberfläche auf Port 8161 aufgemacht. Und das heißt, ich kann jetzt im Browser mal localhost 8161 eingeben. Wenn ich das mache, komme ich auf die Oberfläche von ActiveMQ und kann Manage ActiveMQ Broker wählen. Dann muss ich einen Benutzernamen und Passwort eingeben. Beides ist kleingeschrieben admin. So, wenn ich das eingebe, komme ich auf die Administrationsoberfläche von ActiveMQ. Und hier habe ich ein Tab Queues und darunter sehe ich jetzt, dass eine Queue namens Bestellung angelegt wurde und in dieser Queue genau eine Nachricht darauf wartet, dass sie von einem System abgeholt wird. Ich kann jetzt diesem Link folgen und dann sehe ich die Liste der Nachrichten in dieser Queue. Und das ist eben genau die Nachrichten-ID der Nachricht, die da rein übermittelt wurde. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich auch die Details der Nachricht. Und wir sehen hier jetzt alles Mögliche. Hier ist zum Beispiel die Bestellung, die umformatiert wurde durch unseren JavaScript-Prozessor. Wir sehen hier den Header-Ziel mit der Geokoordinate, die uns der Geocoder aufgelöst hat. Und das heißt, diese Nachricht wartet jetzt auf Verarbeitung. Das heißt, die wartet jetzt darauf, dass eine Komponente online kommt und die Nachricht aus dieser Queue wieder abholt. Und warum mache ich das so? Also sprich, warum schicke ich die Nachricht aus Camel nicht direkt an das Zielsystem, sondern warum schicke ich die an Active Enqueue? Da gibt es zahlreiche Gründe für. Ich will hier nur einen anführen. Und zwar zum Beispiel kann ich das Zielsystem kurz mal offline nehmen, zum Beispiel um ein Upgrade zu fahren. Und wenn Active Enqueue online bleibt, so wie in unserem Fall, dann kann mein System weiterhin Active Enqueue erreichen und die Nachricht abliefern, muss ich überhaupt nicht darum kümmern, ob das Zielsystem gerade online ist oder nicht. Das heißt, es geht um Verfügbarkeit. Und Verfügbarkeit ist meistens viel einfacher in Active Enqueue zu realisieren als im Zielsystem selbst. Ja, und das war es schon wieder für diesmal. Das nächste Mal werden wir uns eben angucken, wie wir die Nachricht aus der Queue wieder herausnehmen. Und natürlich werden wir uns dann den Active Enqueue Consumer angucken und mit Camel natürlich wieder weiterarbeiten. Aber das beim nächsten Mal. Bis nächste Woche.